Nityananda Chaitanya Bhagavata Madhyakanda III Keiner der Bhaktas sorgte sich um Geld, Kinder, Haus, sondern Tag und Nacht widmeten sie sich zusammen mit Prabhu, dem Kirtana. Gaurajandra, dessen ganzes Wesen Krishna Bhakti ist, offenbart sich jeweils entsprechend dem, was er innerlich vernimmt. Wenn er sich als Diener weiß, dann weint er wie eine Gangerflut stundenlang. Wenn er lacht, dann stundenlang. Und wenn er bewusstlos ist, dann regt sich lange Zeit kein Atem in ihm. Und wenn er plötzlich im Bewusstsein seiner selbst als Bhagavan ist, da sitzt er stolz und ruft lachend, Ich bin er! Und er fragt, Wo ist der alte Nader, in Klammer Advaita, der mich hierher in die Welt brachte, damit ich von Haus zu Haus Bhakti Rasa verteile? Und dann ruft er plötzlich wieder, Oh, Krishna, wo? Und bindet sein Haar um seine Füße, in Klammer, im Ausdruck der Verzweiflung Rathas, in Trennung von Krishna. Und in solcher Weise geht er in die Häuser aller seiner Diener, und aus Gnade gibt er zu erkennen, wer er ist. Und sie alle erkennen, dass er der Herr ist, sind voll Glück, fürchten die Gottlosen nicht mehr, gehen in den Basaren und auf den Ufertreppen umher und singen laut, Krishna! Und mit Prabhu zusammen verbringen sie Tag und Nacht im Kirtana. Außer Nityananda hatten ihn alle getroffen, und Prabhu war sehr traurig, dass er seinen Bruder, in Klammer, aus der Lila Krishnas, nicht zu sehen bekam. Doch sobald Nityananda wusste, dass Gaurajandra sich in der Welt offenbart hatte und dass in Navadvipa ununterbrochen in höchstem Glück Sankirtan stattfand, blieb er nicht länger in Vrindavan, sondern eilte sofort nach Navadvip. Vishwambara wusste in seinem Herzen, dass Nityananda angekommen war und freute sich heimlich. Und er hatte in verborgener Sprache zu den Vaischnavas davon gesprochen. Doch verstanden sie den Sinn seiner Worte nicht, wenn er sagte, in ein bis zwei Tagen wird ein großer, in Klammer Mahapuruja, nach Navadvipa kommen. Und als er eines Tages bei der kultischen Verehrung Vishnu saß, kamen zufällig die Vaischnavas in sein Haus und er sagte zu ihnen, da habe ich nachts einen ganz seltsamen Traum gehabt. Ein riesiger Wagen kam hoch, wie eine Dattelpalme. Dieser Wagen ist das Beste, allerhöchste in der Wandelwelt. Und er hielt vor meiner Tür. Darin sah ich eine riesige Gestalt. Der Rumpf wie eine Säule, schwankend ein Wassergefäß in der linken Hand, im blauen Gewand, im linken Ohr ein ausgezeichneter Ohrschmuck. Es schien mir, als ob diese Person der Pflugträger sei. In Klammer ist gleich Balarama. Da fragte er in Hindi, ist das Nimaipandits Haus? Zehn- bis zwölfmal fragte er. Er ist im Gewand eines Ava Dutta. Eine riesige Gestalt, groß und aufrecht, wie ich es noch nie vorher sah. Da fragte ich verwirrt, Wer seid ihr? Und er antwortet lachend, Ich bin der Bruder. Morgen wirst du erfahren, wer ich bin. Da habe ich mich sehr gefreut und gedacht. Ich bin dann er. So wie er es augenscheinlich meinte. Und nachdem Prabhu den Baktas seinen Traum berichtet hatte, brüllte er donnernd, ganz versunken in das Bewusstsein der Pflugträger zu sein. Und er ruft, Bringt Wein! Bringt Wein! Und schreit so laut, dass es alle fast die Ohren zerreißt. Da sagt Srivast zu ihm, Vernimm, Herr, der Wein, den du begehrst, in Klammer, der Raser, der Prima Bhakti, ist ja immer bei dir. Wenn du ihn gibst, der erhält ihn. Und die Baktas Zittern und ziehen sich zurück und denken, da muss irgendein ganz geheimer Grund vorliegen. Und Prabhu spricht die Verse in regelmäßigem und unregelmäßigen Versmaß, lacht, schwingt seinen Leib hin und her, so wie Shankarshan, in Klammer Balarama. Und dann kommt Prabhu wieder zurück zu dem ihm selbst eigenen Bewusstsein als Chaitanya und erklärt allen die Bedeutung seines Traums. Da spielt in meinem Sinn ein Gedanke. Irgendein ganz Großer muss in Navadvip angekommen sein. Schon früher einmal habe ich euch gesagt, wir alle werden einen ganz Großen zu sehen bekommen. Hey Haridas und Shrivas Pandit, geht überall umher und seht euch um, wo er ist. Freudig rennen beide in ganz Navadvip umher, um zu suchen. Und sie sagen zueinander, da ist sicherlich Prabhu Shankarshan hier angekommen. Sie suchen in froher Erregung. Doch finden sie nicht das geringste Anzeichen nirgendwo in ganz Navadvip. Nach stundenlangem Suchen kehren sie zurück und berichten. Unter Vaischnavas, Sannyasis, Haushältern, unter den Gottlosen, überall haben wir gesucht, doch nirgendwo eine Spur von einem solchen Wesen gefunden. Nur außerhalb der Stadt, in den Dörfern, haben wir nicht gesucht. Da lachte Prabhu, hatte er doch unter einem Vorwand in Klammer sie vergeblich suchen zu lassen einen Hinweis gegeben, dass Nityananda sich ganz verborgen hält. Wenn Chetanja selbst ihn zeigt, dann kann man ihn erkennen. Und wenn einer den Nityananda nicht versteht und dessen unermesslich tiefes Leben, der mag Vishnobhakti haben, doch wird er nicht ans Ziel kommen. Schrivas und andere, die Nityananda Balarams Wesen wohl kennen, selbst die vermögen ihn nicht zu sehen. Da steckt ein geheimnisvoller Grund dahinter. Da lacht der Herr ein wenig und sagt nach einer kleinen Weile, kommt mit mir, ich will ihn euch zeigen. Und Krishna siegt, Krishna offenbart sich rufend, eilt er mit allen Bhaktas und sie laufen zum Hause Nanda Acharyas und Prabhu wusste, dass Nityananda dort eingekehrt war. Und sie sehen Nityananda den Edelsten, den ganz Großen, leuchtend wie Tausende von Sonnen und doch an äußeren Zeichen konnte man ihn nicht erkennen. Sein Herz war im Glück der Erkenntnis versunken, voller Güte lächelte er und Prabhu erkannte den großen Bhakti-Yoga in ihm und Vishwambara mit den Seinen grüßten ihn sich niederbeugend. Alle schauten bloß und schwiegen. Mahabrabhu Vishwambara stand vor ihm und Nityananda wusste, dass er der Gott seines Lebens ist. In Klammer Chaitanya Vagavata Madhya Kantar 4 Und Nityananda erkannte seinen Herrn, der vor ihm stand. Versteinert und doch in begeistertem Freudenausbruch schaute er unverwandt auf Vishwambaras Gestalt als ob er ihn mit seiner Zunge schmeckte mit den Augen trinke mit dem Armen umarme mit der Nase seinen Duft einatme wie versteinert ohne ein Wort zu sagen. Alle sind verwundert Da greift Gaura der Herr des Lebens aller zu einer List damit Nityananda sich zu erkennen gebe Mit einer Gebärde trägt er dem Schrievas auf eine passende Strophe aus dem Bhagavatam zu rezitieren und der tut es schnell im Denken an Krishna In großer Zartheit spricht Chaitanya nicht selbst die Strophe die von ihm in seiner Lila als Krishna handelt Er gibt Schrievas die Gelegenheit zum Dienen Dieser rezitiert Er hat eine Krone aus Pfauenfedern und die Gestalt des besten Tänzers Über den Ohren schwingen Carnicara Blüten Er trägt ein Kleid aus leuchtendem Gold und den Waldblumenkranz der bis zu seinen Knien reicht Die Löcher der Flöte mit dem Nektar seiner Lippen füllend begleitet von den Scharen der Hirtenknaben So trat er dessen Ruhm weit besungen wird in den Vrinderwald ein der durch die Spuren seiner Füße beglückt ist Bhagavatam 10.21.5 Nityananda hörte und sofort wurde er bewusstlos vor tiefem Glück Gauranga forderte den Schrievers auf mit dem Rezitieren fortzusetzen Nityananda kam zum Bewusstsein und weinte während des weiteren Rezitierens steigerte sich seine Trunkenheit in Prema und er brüllte wie ein Löwe der Heil durchdrang die äußersten Hüllen des Universums die Vaishnavas wurden von Furcht erfasst und riefen Rette Krishna Rette Krishna Nityananda wälzt sich am Boden umher der Leib in Tränen gebadet dann blickt er Vishwambara an und atmet tief voller Glück im Herzen bald lacht er plötzlich bald tanzt er verbeugt sich schlägt sich auf die Arme springt mit beiden Beinen in die Luft Gaurajandra sieht den göttlichen Wahnsinn des Nityananda im Glück des Erlebens von Krishna und er weint zusammen mit allen seinen Bhaktas schließlich als sich das Glück der Prema Bhakti Nityanandas noch weiter steigert gehen die Bhaktas zu Nityananda hin und versuchen ihn aufzuheben zu halten doch niemand vermag es da nahm Vishwambara ihn in seinen Schoß und er übergab Nityananda seine Lebenskraft Nityananda wurde still und lag wie leblos in seinem Schoß und er wurde im Strome der Tränen Chaitanyas gebadet Lakshman in Klammer Ramas jüngerer Bruder in dessen Lila wurde einst von einer Waffe getroffen und Rama nahm ihn in den Schoß so lag Nityananda vom Pfeil der Prema Bhakti getroffen bewusstlos im Schoße Gaurachandras der weinte und weinte im Glück der überwundenen Trennung Beide dass Vishwambara den Nityananda im Schoß hielt lachte er und sagte der Ananta der immer da den Vishwambara trägt dessen Stolz ist heute zu Staub geworden er ruht in Vishwambaras Schoß Fußnote 395 diese Anspielung auf die Berichte in den Shastras dass Ananta in Klammer Balaram der Tausendhäuptige der mit seinen Tausendmündern von Ewigkeit zu Ewigkeit Gottes Ruh singt ihm auch als Ruhebett dient wenn der von Zeit und Raum unbegrenzte Gott im Ursachen Ozean ruht da trägt Ananta in Klammer Shesha den Vishnu und keineswegs Vishnu den Ananta in Klammer Vergleiche Bhagavatam 10.39.40 bis 55 Gadathara weiß um die Größe Nityanandas und Nityananda weiß was im Herzen Gadatharas vor sich geht die Bhaktas sehen den Nityananda und aller Geist wurde ganz Nityanandas Gestalt Fußnote 396 Die indische Psychologie verwendet den Ausdruck Akaratha um auszudrücken dass das Mana der denkende Geist von dem Objekt geformt wird an das ihr tief denkt das Mana der Welt Menschen erwirbt dabei gleichsam die Form der Sinnes Objekte Der Jani erwirbt Akaratha des gestaltlosen Brahman Die Bhaktas erwerben Akaratha Bhagavans Jedoch handelt es sich in den beiden letztgenannten Fällen keineswegs um ein Identisch Werden sondern um ein dynamisches ganz erfüllt sein von solcher Stärke dass im Bewusstsein und Unterbewusstsein sozusagen kein Platz mehr für das Aufnehmen anderer Eindrücke übrig bleibt Nityananda und Gorajandra blicken sich lange unverwandt an keiner sagt auch nur ein Wort beide sehen einander an in einem ekstatischen Freudenausbruch und die Tränen ihrer Augen überschwemmen die Erde wie Schwambara sagt heute ist ein herrlicher Tag für mich denn heute habe ich den Bhakti Yoga selbst gesehen die Essenz aller Veden dieses Zittern dieser Tränen dieses Donnern dieses Schreien das kann gar nichts anderes sein als die Shakti Ishwaras Fußnote 397 Zittern und Tränen Sattvika Bhavs hier Seite 198 Schreien Humkara einer der Anubhavs als Ausdruck von Bhagavans selbsteigener Shakti und keineswegs ein emotionaler Ausdruck des Gemüts eines Menschen Wer auch nur einmal mit Augen solchen Bhakti Yoga sieht den kann selbst Krishna unter keinen Umständen verlassen Ich erkenne du bist die volle Shakti Gottes Wenn der Shiva dich liebend verehrt dann erhält Bhakti zu Krishna du läuterst die 14 Welten dein Lebenswandel ist dem menschlichen Verstand unerfassbar Acintia unzugänglich Agamya verborgen Guja niemand ist so wie du du bist der ganze Reichtum von Prima Bhakti zu Krishna in Gestalt Einer mag ein noch so großer Bösewicht sein ein Augenblick nur Gemeinschaft mit dir und sein Ende wird gut werden Ich verstehe Krishna wird mich erlösen denn er hat mir deine Gesellschaft gegeben Herrlich ist mein Geschick dass ich deine Füße sah Wer dich liebend verehrt der muss den Reichtum Krishnas erhalten Gorajandra geriet in vollkommene Versunkenheit da war keine Gelegenheit mehr zu einem weiteren Preislied für Nityananda Dann fingen beide ein Gespräch an Jedes ihrer Worte war voll von tiefen Bedeutungen nicht ohne weiteres erfassbar Prabhu Ich scheue mich zu fragen Darf ich Aus welcher heilenvollen Richtung seid ihr gekommen Nityananda ist wie ein Kind Seine Worte sind unsicher und er ist und steht wie ein Knabe Er wusste das Geheimnis dass der Prabhu Avatar wurde Er der doch mit gefaltenden Händen spricht und mich preist Er schämte sich gar sehr als Prabhus Preislied hörte und antwortete ihm mit indirekten Worten die eine andere Bedeutung haben als es scheint und Nityananda sagte ich ich viele heilige Orte besucht und viele Orte Krishnas besucht doch ich habe nur die Orte gesehen Krishna bekam mich nicht zu sehen und da fragte ich gute und wissende Leute ich sehe doch seinen Thron leer sagt an wo ist Krishna hingegangen und da sagten sie Krishna ist nach dem Gauda Lande dem Herzen Bengalens gegangen vor ein paar Tagen war er in Gaia und andere sagten wir haben gehört in Nadia in Navadvipa Distrikt erfolgt großes Hari Sankirtana dort ist sicher Narayana geboren worden das habe ich gehört und selbst ein großer Sünder bin ich gekommen damit auch ich hier in Navadvipa gerettet werde Prabhu sagt wir sind alle sehr glücklich dass ein Bhaktar wie du hierher gekommen ist den Anandastrom deiner Tränen haben wir gesehen und wir betrachten uns als solche die alles erreicht haben was wir erreichen können da sagt Murari lachend ihr ihr in Klammer aber wir verstanden da nichts davon wir wir Schrivas sagte ist da etwas für uns zu verstehen Madhva in Klammer Krishna und Shankara in Klammer Shiva beten einander an Gadatara sagt gut gesprochen gut gesagt oh Pandit das ist dann so wie Ramas und Lakshmans Lebensgeschichte einige sagen beide sind so wie zwei Götter der Lust und andere die beiden sind Krishna und Rama in Klammer Balarama einige andere sagen da vermochte ich nichts zu verstehen warum liegt der Shesha in Klammer Ananta in Krishnas Schoß einige sagen das sind die beiden Freunde Krishna und Arjuna denn beide sind ja ganz von Sneha erfüllt von Sneha in Klammer hohe Form der Prima Bhakti andere sagen die beiden sind uns viel zu groß ich verstehe nichts von der verhüllten Sprache der beiden und so freuen sie sich alle und sprechen vom Erscheinen Nityanandas wer davon hört wie diese beiden einander anblicken der wird frei von allen Banden der Welt Nityananda ist von Ewigkeit her sein Kamerad sein Freund Bruder Schirm Bett Fahrzeug niemand außer Nityananda trägt ihn in vielfacher Weise dient er ihm nach seinem Nityanandas Wunsch und wen er in Klammer Nityananda wählt der darf ihm dienen selbst Mahadeva in Klammer Shiva der große Yogi und Gott der Herr der große Bhakta vermag seine in Klammer Nityanandas Gnade nicht zu ermessen wer es nicht weiß was Nityananda ist dessen Wandel unergründlich ist und ihn tadelt der wird mit seiner Bhakti zu Vishnu keinen Fortschritt machen Nityanandas Leib ist dem Chaitanya so sehr lieb Nityananda ist der Herr meines Lebens ihm seine Verehrung durch Nityanandas Gnade wendete sich mein Sinn dem Chaitanya zu und auf seinen Befehl schreibe ich den Preis Chaitanyas Fußnote 398 Nityananda war der Guru des Autors las mit ihm das Bhagavatam und erzählte ihm gewiss viel von Chaitanya Raghunatha in Klammer Rama und Yadonatha in Klammer Krishna nur Namensunterschied und Nityananda und Balaram nur Namensunterschied nur dann vermag man die Wandelwelt zu überschreiten und in den Ozean der Bhakti einzutauchen wenn man den Nityananda den Mond Nityananda liebend verehrt in Klammer Chaitanya Bhagavatam Madhyakanda 5 Als bald darauf im Hause des Srivahs die alljährliche kultische Verehrung des Ordens der Veden des Avatara Vyasa stattfindet da legt Nityananda den Waldblumenkranz der Vyasa gegeben werden sollte um Chaitanyas Hals denn Chaitanya ist Bhagavan selbst der Urgrund aller Avatar Advaita weilt noch immer in Shantipura in Klammer Chaitanya Bhagavata Madhyakanta 6 Eines Tages sagte Mahaprabhu voll von Rasa zu Ramai Hey Ramai geh schnell nach Shantipur zu Advaita und sage ihm dass ich mich offenbart habe und sage ihm um dessen Willen du so viel liebende Verehrung getan hast um dessen Willen du so viel geweint hast um dessen Willen du so viel gefastet hast dieser dein Herr ist gekommen und hat sich offenbart er ist gekommen um Bhakti Yoga auszuteilen kehre schnell zurück komm und dann sage ihm wenn ihr allein seid von Nityanandas Ankunft und alles was du selbst gesehen hast und sage ihm er solle ganz schnell kommen in Klammer Chaitanya Chandra Dayam 1 Chaitanya der Baum der alle Wünsche erfüllt ist auf Erden sichtbar geworden Madhava Acharya in Klammer Madhavendra Puri der Guru Ishvara Puris ist seine Wurzel Advaita Acharya ist der Schössling Nityananda ist der Stamm Vakreshvara Pandit und die anderen Bhaktas sind die aus Rasa gebildeten Zweige in Klammer die verschiedenen Formen die verschiedenen Formen des Bhakti Yoga sind die Blüten Prima der nichts für sich selbst begehrt ist die Frucht die Zweigspitzen zerschneiden das Universum die beiden aus lila gestalteten Vögel die in dem Baume ihr Nest haben sind Radha und Krishna durch seinen Schatten wird die Qual des Wandelns im Samsara weggenommen der Baum gibt die Erfüllung der Sehnsucht der Bhaktas Schatten Schatten